Herzlich Willkommen zum Mediale Energetik Treff. Heute schauen wir uns einfach mal wieder die Abgrenzung an, beziehungsweise auch, dass man nicht so schnell getriggert wird. Das heißt, wir werden einfach mal anfangen, eine Entspannung in das System zu bringen, in dein Energiefeld zu bringen. Und wir fangen heute aber auch über den Körper an. Das heißt, wir werden zuerst einmal beginnen, die ganzen Entgiftungsorgane mal zu entlasten und auf diese Ebene dann reinzugehen, in die energetische Ebene, sodass man Abstand hat vor Leuten, die einen einfach auf den Keks gehen oder Sachen, die einen triggern. Und da lade ich dich gleich mal dazu ein, schließe mal deine Augen und dann atmest du mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und während du dich so auf deinen Atem konzentrierst und immer ruhiger und auch ruhiger wirst, erlaubst du dir jetzt mal, dass deine Leberenergie ausgeglichen wird. Also die Energie deiner Leber, die ist das auf der rechten Seite unterhalb des Rippenbogens in etwa, die soll jetzt mal ausgeglichen werden. Und die beste Ausgleichsenergie ist die Mariendistel. Ob das jetzt Tee ist, ob das ein Extrakt ist, die Mariendistel ist eine Heilpflanze für die Leber. Und diese Mariendistel fließt jetzt energetisch in dein System ein, in deine energetische Leber ein. Und da geht es jetzt mal darum, dass die Leber wirklich aufmacht, dass sie weiter wird und dass auch alle Schlacken und das Festgesteckte aus deiner Leber entfernt wird. in allen Rückständen. Also alles, was da steckt, soll aus deiner Leber entfernt werden. Und du kannst dir vorstellen, dass die Wie wirklich so aufmacht, wie wenn ein Schwamm, der zuerst trocken war, jetzt einfach feucht wird und sich ausweitet und geschmeidiger wird. Und du spürst jetzt also, wie deine Leber da jetzt so aufgeht, weiter wird. Und nun wird auch dein Magen-Darm harmonisiert. Also es fließen jetzt auch in deinen Magen-Darm-Bereich harmonisierende, reinigende Frequenzen. Alltagssorgen, Stress, Schlacken werden jetzt aus deinem Magen-Darm-Trakt entfernt. Essensreste und eben so Verdauungsschlacken werden, abtransportiert. Und es fließt eben so eine Harmonisierung des Magen-Darm-Trakts in dich hinein. Und zusätzlich beginnt nun auch, deine Nierenenergie gereinigt zu werden. Und die Reinigung der Nierenenergie, das wäre so Goldrote zum Beispiel, also das fließt jetzt da in deine Nieren hinein. Und du spürst auch, dass sich deine Nieren, die linke und die rechte entspannen. Und zusätzlich zu diesen Heilfrequenzen, wir haben also Leber, Magen, Darm, die Nieren, darf sich jetzt auch dein Nervensystem entspannen. Und das entgiftet jetzt mal das Nervensystem. Und das entgiftet auf eine ganz, ganz coole Art und Weise, dass einfach jeder, jeder Müll, der dein Nervensystem belastet, der dich belastet, dass das einfach abgesaugt wird. Also jegliche Schlacke, jeglicher Müll wird einfach aus deinem Nervensystem abgesaugt. Und du spürst, dass du geerdeter, flexibler und stabiler wirst. Und all das, wofür du dich einsetzt, und jetzt gehen wir auf die energetische Ebene, nämlich deine Werte, wo du glaubst, du musst diese Werte durchsetzen, du musst diese moralischen Regeln durchsetzen. Ohne diese Regeln geht es nicht. All diese Werte, die dich eigentlich mehr behindern, als dass sie dir helfen, werden nun auch transformiert und dürfen sich wandeln. Rigide Werte, Systeme und Strukturen. Du hast also auf der körperlichen Ebene diese Heilung, Öffnung, Hingabe und in deinem Wertesystem diese Transformation. Und nun erlaube dir einfach mal, dass du alles, was dich ärgert, jede Person, die dich nervt oder genervt hat in letzter Zeit, dass du dir die mal bewusst vorstellst und bewusst einfach mal vor dir herholst. Also wer hat dich geärgert, wo hattest du einen Disput? Wer hat dir Stress bereitet? Und nun mach dir einfach mal bewusst, dass das deine Gefühle sind, die dich vielleicht ärgern, die aber nichts mit der realen Person zu tun haben. Das heißt, ich identifiziere jemanden als Ärgernis, aber wenn man tiefer schaut, ist diese Person kein Ärgernis. Also nochmal, ich identifiziere diese Person als Ärgernis, aber in Wirklichkeit ist diese Person kein Ärgernis. Und ich erlaube mir jetzt, durch diesen Ärger hindurch zu sehen. Und vielleicht siehst du dann selber eine einsame Person, eine gestresste Person, eine Person, die selber nicht zur Ruhe kommt. Aber die wichtigste Erkenntnis sollte sein, dass du wahrnimmst, dass dieser Druck, dieser Stress abfließt, dass das Gefühl sich löst und dass du jetzt auch diese Person gehen lassen kannst. Die haben jetzt in deinem Leben in dieser Form keinen Raum und keinen Platz. Und du erlaubst dir nun, Frieden zu etablieren. Ich etabliere Frieden in meinem Leben. Und stell dir einfach mal vor, dass wirklich dein Kopf, deine Sinne, deine Augen, das, was du fühlst, mit einer smaragdgrünen Energie durchspült werden. Ich empfinde Frieden. Und ich empfange Frieden. Und diese Energie erdet dich. Das heißt, du spürst, dass du schwerer wirst, dass du ruhiger wirst und dass sich in dir Zufriedenheit etabliert. Und diese Zufriedenheit, diese Würde, diese Erdung erlaubst du nun, das sich manifestiert. Ich erlaube mir, den Blick auf die Zufriedenheit zu lenken. Auf den Frieden und die Zufriedenheit in meinem Leben, in meinem Umfeld. Und dieser Frieden und diese Zufriedenheit reinigt jetzt dein Wurzelschakra und spült noch einmal deine Vorstellungen und Werte aus dir heraus. Und du spürst, dass du etwas weicher und sanfter wirst. Und in dieser Sanftheit erlaubst du nun auch, dass die Teile, die erschöpft in dir sind, vom stetigen Kämpfen, vom stetigen Angespannt sein, dass diese Anteile sich regenerieren. Ich muss mich nicht mehr zusammennehmen, ich muss nicht kämpfen, ich muss gegen gar nichts kämpfen, ich kann mich nun regenerieren. und du spürst, dass es gut ist. und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus und in dieser tiefen Reinigung, in diesem tiefen Entgiften erwacht deine Leichtigkeit und deine Freude. deine Leichtigkeit und Freude erwart. Und das ist wie ein strahlendes, goldoranges Licht, das in deinem Nabelzentrum aufgeht, sich öffnet. und du spürst, wie dieses Licht dich aufrichtet. und wie du voller Würde und Zufriedenheit immer weiter wächst und in diesem Wachsen spürst du, dass nichts dich berührt, nichts Negatives dich berührt, sondern dass du absolut im Hier und Jetzt ankommst und deine wundervolle Energie hier entfaltest und verwirklichen kannst. Erlaube jetzt dieses Fließen wirklich noch einmal zu spüren. Spür, wie dein ganzer Körper aufgeatmet hat während dieser Reise und atme auch du mal tief ein und wieder aus. und dann streif noch mal ganz bewusst alle Schlacken ab, alles was da gesteckt ist und atme noch mal tief ein und wieder aus und bewege dann einfach mal so deinen Körper Bewege deine Arme Bewege deine Beine und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und bedanke dich mal bei der geistigen Welt für die Unterstützung und die Hilfe und auch fürs Dasein Lass noch mal wirklich alles abfließen, ganz bewusst wie die Beine auf der Erde und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder so gut fühlen kannst, dann öffnest du deine Augen. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Was hat sich getan? Also es war jetzt eine sehr kraftvolle Öffnung, Reinigungsmeditation und ich freue mich natürlich schon auf deine Erfahrungen. Schreib es mir gerne in die Kommentare und ja, wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonnier den Kanal, teil das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Arni. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.